Insgesamt 41 neue Blöcke werden schon sehr bald mit einem neuen Minecraft-Update hinzugefügt. Darunter ist auch ein Blog, der schon jahrelang geplant war und ein großes Problem im Minecraft-Alltag löst. Erfahrt alles, was ihr wissen müsst in der heutigen Folge Minecraft News. Nicht vergessen, bewertet den Part und viel Spaß! Somit willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe Minecraft News hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Nachdem wir ja nun wissen, dass unter anderem das Village & Pillage-Update erscheint, vorher noch Pandas mit einem eigenen Bambuswald kommen und viele, viele Features mehr anstehen, hauen die Minecraft-Publisher einfach mal via Twitter noch viele weitere Features raus, die schon sehr bald erscheinen sollen. Unter anderem sollen insgesamt unglaubliche 41 neue Blöcke das Licht der Minecraft-Welt erblicken. Davon sollen um genau zu sein 14 neue Stufen, 14 neue Treppen und 12 neue Mauern sein. Lady Agnes, die ihr sicher noch vom Minecraft-On-Earth-Video kennen sollte, teilte auch schon die ersten interessanten Bilder. So wird es nun bald auch eine Siegelsteinmauer geben. Echt coole Sache, oder? Ebenso werden die Blöcke Andesit, Diorit und Granit nun ihre eigenen Treppen-Stufen- und Mauern-Versionen erhalten. Somit also schon mal 3 neue Treppen, 3 neue Stufen und 3 neue Mauern. Dazu kommen allerdings auch noch die einzelnen polierten Varianten, die auch ihre eigenen Stufen, Treppen und Mauern erhalten. Was also 6 Stufen, 6 Mauern und 6 Treppen macht. Somit bleiben also noch einige offene Blöcke übrig, die noch ihre jeweiligen Stufen-, Mauern- und Treppen-Versionen erhalten könnten. Welche Blöcke wird ihr euch wünschen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ebenso erscheint mit dem nächsten Update ein weiteres cooles Item, beziehungsweise ein neuer cooler Blog, der schon jahrelang geplant war und kurz auch vor der Veröffentlichung stand. Und zwar das Redner- bzw. Lesepult. Dieser neue Blog soll es vereinfachen, Bücher für andere Spieler auszustellen. Also man legt es einfach aufs Pult und jeder Spieler kann ohne Probleme darauf zugreifen. Vor allem für Adventure Maps ist das denke ich mal eine wirklich sehr coole Sache. Auch mit von der Partie, man glaubt es kaum, werden neue Schilder sein. Denn aber und liegt in nämlich mit diesen Bildern bereits das Schwarz-Eichen-Holz-Schild. Wenn es dann auch so heißen wird. Ein ziemlich langes Wort auf jeden Fall. Da der Text für dieses Schild natürlich viel zu dunkel in schwarz war, soll es möglich sein, die Farbe der Schriften ab sofort zu ändern. Ich denke mal, das Ganze wird dann mit den Farbpulvern sozusagen funktionieren. Also beispielsweise mit Knochenmehl macht man die Schrift dann weiß. Oder es ist einfach eingespeichert in den dunkleren Schildern, dass dann beispielsweise automatisch die Schrift weiß ist. Weiß man jetzt aktuell noch nicht. Das war aber auch schon das einzige Bild, was er gepostet hat. Die restlichen Schilder könnten da beispielsweise aber so aussehen. Eine wirklich coole Sache, muss ich sagen. Da warte ich auch schon Ewigkeiten drauf auf dieses Feature. Schreibt aber jetzt mal in die Kommentare, wie ihr die bisher gezeigten Features so findet. Vor allem das Lesepult finde ich unter anderem sehr, sehr interessant. Vor allem, dass es jetzt nach Jahren, ich hab's damals schon erfahren oder mitbekommen, wo es erscheinen sollte. Und jetzt soll es dann endlich wirklich erscheinen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Sollte euch ebenso die heutige Folge gefallen haben, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben als Unterstützung freuen. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal, euer Gaming Guides.de. Tschüss. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how you...